Hallo Fans, Arbeitssieg gegen Chemnitz in einem schwer umkämpften Spiel mit vielen Verletzten und vielen Kranken. Wir müssen mal sehen, wie die drauf sind. Diese Woche stehen zwei Spiele an. Das Heimspiel gegen Arass mit S im Europapokal und danach noch das Bundesligaspiel in Nördlingen gegen Donau-Ries an dem Sonntag. Danach noch ein Spiel und vielleicht nach dem Spiel gibt es noch eine kleine Überraschung für euch, aber dann müsst ihr ab und zu mal zurück auf die Webseite. Aber zuerst zwei Spiele. Arass und Donau-Ries. Nicht wahr, Anja? Bye-bye!